grüße jo miss kawaiyashis drachen made dragon made alle songs irgendwie anders witzigerweise ich sehe es in verschiedenen schulenfang anscheinend ist keiner sehr interessiert an den ganzen schülern die das am haus hin und her ziehen den ganzen tag das folgt auf kawaiyashis auch sehr bald auf und ist gleich wieder so ein typisches drachen missverständnis mal wieder mit toru zusammen die das mehr auf als oh ja keiner will losziehen und leute eliminieren hat die jugend einiges bekommt man sich ja nie wirklich raus aus einigen charakteren aber naja okay auf jeden fall der große der ersten hälfte besteht darin wir gehen einkaufen für kanas ersten schultag das große problem dass torren nicht wirklich ins einkaufszentrum will weil es sich sehr an ein schloss erinnert und dort scheint definitiv schlechte erfahrung die reaktion die sieht heute so gut dort hat jemand verdrängungsprobleme aber im großen ganzen ist es wirklich sehr einmal vor allem da du siehst dass an einer stelle als es dazu kommt eine schule schulranzen zu kaufen und der ziemlich teuer ist kann sogar dass die größe besitze quasi einen anhänger die sie kaufen möchte dass sie sie haben möchte um zu drehen und den wir weg zu stellen was sagen wir uns hey vernünftiges kleines ding muss ich sagen also wirklich also nicht so egoistisch wie man es erwarten würde vor allem was sehr positiv ist natürlich ja dieser anhänger taucht dann später auf wir wissen alle diese sachen ablaufen und ja es ist auf niedlich getreten okay ist okay der erste schultag läuft auch witziger weise sehr so was immer so ereignislos ab auch das auch noch dem mehr weniger tore und in den büschchen rund um die schule mehr oder weniger kaner beobachtet wo sie okay hier müsste normalerweise irgendwann jemand auftauchen und sagen hier hier kreucht jemand in dem mait outfit durch die büschchen beachtet beobachtet die kleinen kinder time for the authorities auf jeden fall relativ ruhiger schulanfang für kaner vor allem bis auf die obligatorische ja die die schulbummeranze das laute kreischige teil das jeder aus der schule kennt oder jeder der in der in der der die schulzeit kennt mindestens eine davon das laute ding das nie die klappe halten kann genauso wie eben wie hier die mehr oder weniger dass das das k zu niedlich ist und zu sehr auffällt und das perfekte was passieren können das ist super hier hat jemand so perfekt auf kinder aufgepasst was kinder tun würden was er muss ich bin zwar kein kinder fan aber muss sagen hier hat jemand wirklich aufgepasst wie sie kinder verhalten weil nicht das quasi irgendwie das ganze nicht streit ausbricht sondern quasi nach dieser proklamation und dieser attacke nennen wir es mal so auf keiner und ich sag muss normalerweise in solchen serien wäre es normalerweise sofort jetzt an jetzt geht es rund im karton nein das ist wirklich faszinierend was ich gerade das wird noch in keiner serie so gesehen und dann hinterher aus die aufklärung dass das dass das nur gefakt hat also das ist so essenziell kleines kind im grundschulalter das auf dem punkt genau ist so das ist perfekt hier hat jemand aufgepasst das ist wie gesagt das ganze gipfel dass die beiden dann aus aus ihrer klasse dann anscheinend also dieses das ist eine mit dem typischen smart es zu hohem scheitel die typische reflektions scheibe offiziell immer los erkennt du hast den charakter im anime der einen ziemlich hohen haarensatz hat egal in was für situation ob schule ist immer die hochnäsigen und arroganten charaktere und das ist einfach hier so das ist eine figur die mehr oder weniger laut ist mehr als es gut ist für sie was dann zu diesem grandiosen forsch schon italo western szenario führt okay nach ein paar tagen in der schule kommst du einfach nur dass du einen schnitt schwarz-weiß der park in der umgebung liegt in schutt und asche alles liegt dann nieder okay und du siehst nur zu koersche zerstört das gesicht wie ist das hier passiert und dann bekommst du in die rückspulaktion was was am tag zuvor geschah grund an ist das da jetzt ja koersche mehr oder mehr zwangsweise jetzt eine sehr laute neue freundin der schule hat die schulpumaranze die sehr positiv darauf reagiert dass keiner sich ihr gegenüber freundlich weil anscheinend hat sie in der schule nicht unbedingt so viele freunde was auch aufgebracht wird wie gesagt sie ist alle lautes kreischiges ding das andauernd den leuten auf den sack geht frage da nicht dass dort nicht unbedingt sehr viele freunde am start sind auf jeden fall gehen die beiden mädels dann einfach auf den orts ansässigen spielplatz wo es dann zu einem kurzen streit kommen zwischen ein paar teenagern und den beiden kleinen mädchen in bezug auf ihr ball beinahe unfall und don her i challenge you once again in bezug auf ihr streit bricht aus es kommt zum eklat den tag darauf ein duel im völkerball natürlich das große gehele zu hause wo es ist ok gerade sind alle wieder an der stippesite einer zum spielen wir wissen wer die andere zum kaffee trinken einfach nur um toro zu beaufsichtigen weil sie sich sorgen macht da ist mehr im busch definitiv und quasi alle sagen passt hommer wir gegen die passt schon und dann am daraufhörigen tag hast du die gruppe jungs gegen eine ganze gänge gegen gegen ein gespanndrachen okay das wissen die nicht aber trotzdem und das er genauso wie es da war okay um zum glück zu korea schon dass sie sich ein bisschen zurückholen und bringt die wenigstens nicht um es passiert auch nicht wirklich viel tragisches prügel die da sind halt eben und 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 die teenagern immer abziehen in typisch klassischer manier davonlaufen und doch über den rücken rufen das werdet ihr bereuen wir kennen die klassiker natürlich und so weit so gut so einfach wäre es ja ok was hat uns die klage führt ganz einfach das scheint auch drachen irgendwann ein bisschen ein so übermütig werden wir sind gerade am spielplatz wir haben einen ball und wir haben lust uns ein bisschen zu amüsieren ein bisschen weltschritt unter freunden und das artet natürlich in absoluten chaos aus und ich muss zugeben ich muss zugeben dass in szenen bei wo sagen muss wow hier hat jemand sehr viel arbeit weil sehr viel spaß rein gesteckt in die animation das sind animations wo das sind 90er jahre dragonball level an einigen stellen okay movie niveau an einigen szenen okay ist nur kurz gebe ich offen zu aber hier hatte jemand wirklich spaß bei animation da wollte jemand wirklich zeigen was er kann der grund dahinter mir nicht erschlossen aber dort hat jemand wirklich alle diese wolkenaktion oder diese fangen empfang den ball mit einer hand so schön animiert und das ganze eben mehr oder weniger darin auch dass das dass der ganze spielplatz in schutt und asche liegt kobayashi mehr oder weniger fragt mal live und damit geht auch die episode eigentlich nächsten zu ende freude die da ist vor radisch beck also im grunde sind unerwartete situationen vor allem wesentlich mehr als ich hier erwähnt habe glaubt mir aber allein der der schlusskampf drache gegen drache einfach nur weil einfach nur weil so ist einzusehen und und war abzusehen eigentlich in dem sinn und ich bin gespannt was der dinge die noch kommen werden in dem sinn miss kobayashi's dragon mate episode 4 ja hat sich hat sich durchaus anschauen lassen wie gesagt unerwartete reaktion von karen wir haben sehr knufig dass gott und das ganze mit der in der schulgeschichte und so weiter und vor allem die aktion mit dem holen das ist so das ist so perfekt auf 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 schulalltag auf dort und auf dort dort jemand sich als kinder oder hat gerade kinder das ist so typisch kinder also wow das ist jetzt so prügel prügel haute 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 lukas sei quasi konfrontation heul perfekt gemacht du kannst du sagen da da hat jemand aufgepasst in dem sinn tschüss bis zum nächsten video aber es war definitiv unerwartet ich hoffe zu